Wir müssen gehen. Bitte. Der Überlebende hat sich bereit erklärt, zur Bastion zurückzukehren. Okay, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Okay, sehr interessant. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht hier. Reden wir mal mit dem Team. Okay, dann halt mit dir jetzt. Was hast du uns zu sagen? Stadtwand. Okay. Und Bronzerfärmklau. Okay. Ur-Asi. Okay. Okay. Da haben wir jetzt noch so eins wieder. Because they remember. That's why this place is coming together. That's why things are going to be alright. Okay, ein bisschen haben wir noch was zu bauen. Sehen wir jetzt hier. Hier bauen wir jetzt was. Well, look what we have here. Gedenkstätte, Fundbüro, Gedenkstätte. Pläne für ein Bauwerk, das vergangene und zukünftige Errungenschaften aufzeichnet. Fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. Ein Andenken an die Katastrophe, indem wir der Vergangenheit Tribut zollen. Wappen wir uns besser für die Zukunft. Fundbüro, Pläne für eine Einrichtung, die eine Reihe wertvoller Objekte aufbewahrten, wiederherstellen kann. Fehlt noch ein Platz. Die Katastrophe hat die alte Welt in Stücke gerissen. Aber in Rastion können sie selbst die kleinsten Fragmente wiedergestellt werden. Wir machen jetzt mal diese Gedankenstätte. Okay, im Grunde nicht mehr als eine symbolische Geste, aber dennoch würde ich... Okay, es hat was, um viel Zeug auszugeben. So, in dem Fall fehlen uns noch zwei Teile hier. Hier haben wir jetzt zwei Aufgaben zu tun hier. Würde ich sagen, fangen wir mit dem rechten an. Zu ärgerlich, dass er sich ins sichere Fort der Stadt befindet. Fliegen. Na, da schauen wir jetzt mal, ne? Warten, so vor uns liegt. Es ist nur ein Weg in einem Cinderbrick-Fort. Ist sehr, sehr heiß hier, auf jeden Fall. Ich glaube, da muss ich mich nicht warten. Autsch, auutsch, auutsch. Ey, was macht ihr hier? Weg hier, weiter geht's. So, am besten immer vor Ort zerstören, ne? Bevor man hier unterwegs ist. Hallo, 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 danke. Ach, da läuft hier noch einer. Oh, ich bin da auch gelaufen. Oh, je. Hallo, was bist du für einer? Kannst ja teleportieren, oder was? Oh, oh, leck mich am Arsch. Das ist heftig hier. Es wird schwieriger. Definitiv. Oh, oh, wie sie einfach abknallen wollen. Puh, da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich hier auch mal verteidige, oder sowas. War Verteidigung? Ne, okay. Das ist jetzt echt nicht mehr so einfach. Aua. Leck mich am Arsch. Das ist nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach. Oh, je. Da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, wie ich mich hier schlagen werde. Windbags, jung und alt, keep fighting for the fort. So. Besser wie verteidigen. Na, toll. Und. Da komme ich nicht ran. So, jetzt aber. Jetzt kriege ich dich. Hallo? So, jetzt. Geh mal da hoch und guck mal, wie es weitergeht. Hier ist nochmal ein Versteinerter. Boah. Leck mich am Arsch. Das. Oh mein Gott. Jungs, Mädels. Irgendwie jetzt. Das wird irgendwie nichts. Wow. Jetzt haben wir eine Mordswumme bekommen. Eine richtige Wumme. Boah. Eine Schrotflinte ist ja wohl mega geil. Bam. Bam. Leck mich am Arsch. Also, auf sowas habe ich mich gefreut. Jetzt habe ich wieder richtig Spaß dran. Windbags sind nicht ganz anders als normaler Leute. All they want is a warm place to stay and a decent meal. Die Wumme blättert alles. Bam. Komm, jetzt. Jetzt habe ich es platt gemacht. Aber wenn ich heute nicht so gute Laune bin, das liegt halt einfach daran, dass ich es nicht weiß, ne? Aber es gibt halt auch viele andere Sachen. Ach ne, jetzt hat er auch sich in zwei genommen, ich Idiot. Oh, ne. Oh, ne. Egal. Schlag mal die K.O. Gucken, was wir denn hier blatt machen, hier. Komm, geh weg, Junge. Geh weg. Zerstör, Junge. Jawohl. Bam. Bam. So. Nutze Waffenlager zum Waffenwechsel. Nö. Aua. Krasses Ding, ne? Ganz krasses Teil. Komm, Junge. Komm. Und da bin ich wieder runtergeblumst. Heieiei. So, jetzt reicht es mir. Aber jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir. Ja, Tacke. Ja, ich halte mich schon. Aber jetzt, mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Oh, es sieht schön aus. Und wir haben ein neues Fragment. Sehr gut. Ich drücke, was ist hier los? Bam. Oh, nee. Das wollte ich ja gar nicht. Egal, jetzt haben wir ein bisschen Action hier. Bam. Und weg damit. Und hier hau ich jetzt. Oh, je, je, je. Egal, geh weg, geh, 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 geh. Nein. Okay, ich sollte mal echt gut mit meinem Leben umgehen. Und nicht so hinterhältig. Alles auf Spielsetzen. Alles auf Spielsetzen. Oder einfach alles auf eine Kappe. Los geht's. Not a scratch on him, as he presses on the higher ground. So. Verbar. Wir kommen hier sehr gut weiter. Geh weg, Junge. Nein. Jedes Mal. Leckt mich doch abat. Geh weg hier. Geh weg hier. Ich hab' ich vielleicht was für euch. Bam. Nochmal. Nein. Ich hab's geschafft. Puh. Ich überseh' immer diese Löcher hier. Ohne Scheiß. Junge. So, hauen wir alle taktisch um. Hallo. Naja, egal. Komm, komm, Junge. Ich krieg' dich noch. So. Geht's noch ein bisschen länger, aber Hauptsache man blättet ihn. Jetzt will der mir auch noch einen Kragen, oder was hier? Ich glaub' mir hackt's. So, nochmal, nochmal, nochmal. Oh, komm, jetzt. Komm. Bam. Und wieder Marsch. Nächster auch. Ha. Wenn ich nicht gut bin, bin ich gut. Ich bin einfach ein... Ja. Ich hab's einfach drauf. Zack. Komm, Junge, komm. Noch einmal. Schrotflinde. Bam. Und weggefetzt. Super. Jetzt muss ich mich gegen Zweier kämpfen, oder was? Oh je. Wow. Stufe 3. Jawohl. Wir steigen hier auf. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Komm, komm. So, den haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt geht's dann weiter hier. Hat zwar jetzt ein bisschen gedauert, aber... Geheimartefakt. Hä? Hä? Das hab ich jetzt nicht so wirklich gecheckt, ne? So, machen wir mal Platz hier. Das tut alles weh. Und wo führt das uns noch hin jetzt? Oh je. Ja, ja, ja. Das war jetzt, äh, ein bisschen doof, gell? Aber... Weil's so schön war, machen wir's halt nochmal. Und es war ja auch schön. Nerd.